Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne große Umschweife möchte ich Ihnen das Tool heute vorstellen, mit dem ich Live-Untertitel für meine Lehrveranstaltungen in Zukunft realisieren möchte. Für den Tipp tanke ich an dieser Stelle ganz herzlich Gudrun Kellermann, die das Tool beiläufig erwähnte in einem Tweet. Warum sollte man seine Videos live untertiteln? Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind sonst nicht in der Lage, ihren Video-Inhalten zu folgen. Das ist zum Beispiel auf einem Videoportal wie YouTube nicht sehr wahrscheinlich, denn dort wird automatisch zu ihren öffentlichen Videos ein Untertitel unterlegt. Allerdings ist das nicht die einzige Videoplattform und in der Hochschullehre setzen wir im Moment verstärkt auf den Videocampus Sachsen und dort fehlt ein solches Tool und Sie müssten den Untertitel dort sehr mühevoll von Hand nach und nach ergänzen. Deswegen ist Webcaptioner hier zum Beispiel eine probate Möglichkeit, um Live-Untertitel unter Ihre Video-Inhalte zu platzieren, so wie ich das hier gerade tue. Eingeblendet habe ich Ihnen bereits die Oberfläche, dass die Website des Webcaptioners erarbeitet mit der Web-API von Google zur Spracherkennung. Das erkennen Sie unter anderem daran, dass diese Web-API das Gesagte live und für Sie nachvollziehbar korrigiert und Sie haben sogar die Möglichkeit, Komma Interpunktionszeichen mit anzusagen, Punkt. Möglicherweise würde das die Zeichensetzung auch derer, die Sie direkt adressieren, verbessern, Komma. Allerdings ist dann natürlich das, was Sie sagen, längst nicht so flüssig, Komma, wie man es gewohnt ist, Punkt. Deshalb würde ich jetzt ab sofort auch unterlassen, Komma Interpunktionszeichen anzusagen, Punkt. Allerdings sehen Sie auch dann, dass das Ergebnis der Transkription sehr, sehr viel besser ist. Die Web-API von Google ist im Moment auf Chrome beschränkt. Sie können diese nicht mit anderen Browsern ansteuern, also auch nicht mit Chromium-basierten Browsern wie Edge. Die Nutzung allerdings ist selbsterklärend und ich würde, um jetzt den Untertitel dadurch nicht zu gefährden, davon absehen, Ihnen die einzelnen Merkmale dieser Live-Transkription vorzustellen. Aber Sie sehen, probieren Sie es selber aus. Sie haben unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten von Kontrastmarkierungen, Kontrasthervorhebungen bis hin zur Wahl von Versalien für die Untertitelung. Davon nehme ich allerdings Abstand, denn das Feedback, das man dazu bekommt, ist, man fühlt sich die ganze Zeit angeschrien. Tatsächlich wird der Einsatz von Versalien im Netz oder in den Interaktionsnetzwerken, also das heißt vor allen Dingen Chattingdienste, Messenger und so weiter und so fort und damit auch den sozialen Netzwerken, also Blogs und Mikroblogs verstanden als Schreien. Deswegen wäre davon Abstand zu nehmen. Allerdings testen Sie es je mit Ihrem Publikum aus, welche Form da die adäquate ist. Und ich würde einfach in der Beschreibung dieses Videos auf den Web-Captioner verlinken und das Video natürlich in die Tool-Reihe auf meinem YouTube-Kanal setzen und gleichsam es auch beim Videocampus Sachsen posten, um auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Wenn Sie an barrierefreie Kommunikation interessiert sind, Ihre Video-Inhalte Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung besser zugänglich machen wollen und vor allen Dingen, um es nochmal zusammenzufassen, auf einem Portal, Ihr Video-Hosten, das über keine Untertitelung verfügt, dann sollten Sie dem Web-Captioner eine Chance geben. Und danken Sie mit mir nochmal, Gudrun Kellermann, für diesen absolut großartigen Tipp. Für heute soll es das von mir gewesen sein. Ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Und viel Spaß beim Ausprobieren.